Sprech diesen Zauber nicht aus. Das ist zu gefährlich. Warum? Wir haben auch an der Stabilität der Raumzeit herumgevorscht. Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Was du mit der Realität gemacht hast, wird nicht ungestraft bleiben. Es war der einzige Weg. Aber ich wollte nie, dass so etwas hier passiert. Wanda. Ich wusste, irgendwann tauchst du hier auf. Ich habe Fehler gemacht und Menschen wurden verletzt. Ich bin nicht hier, um über Westview zu sprechen. Warum bist du dann hier? Wir brauchen deine Hilfe. Wobei... Was weißt du über das Multiversum? Es tut mir leid, Steven. Ich hoffe, dass du verstehst... ...die größte Bedrohung... ...für unser Universum. ...bist du. Die Dinge sind außer Kontrolle geraten. Es tut mir leid. Gkhänsehle papencamp. Was? Was? Wir reden. Untertitelung des ZDF, 2020